So begann alles. Ja, hey Leute. Ich bin's, euer Mr. Martin95. Ja, heute ist meine große Premiere. Ich bin noch ein wenig aufgeregt. Mein erstes EP. Ja, wir wollen es jetzt auch nicht zu weit ausarten, denn ich bin total happy. Ich habe heute meine 100er Marke geschafft. Ja, es freut mich komplett, denn es war eigentlich nur eine Schnapsidee, diesen Kanal zu machen und da ein paar Let's Plays hochzuladen. Und deswegen bin ich jetzt total froh, dass sogar 100 Leute sich dafür entschieden haben, mich dauerhaft zu gucken. Ja, die meisten denken sich sicherlich jetzt. Ja, 100 Leute sind ja nicht viel. Hier Minecraft und so haben ja 40.000. Und ist mir scheißegal, 100 Leute, wenn man sich sie alleine mal vorstellt auf einem kleinen Punkt, sind doch schon recht viele. Deswegen bin ich total happy und ich hätte nie gedacht, dass jemand meine Videos so toll findet. Anfangs, wie gerade eben schon demonstriert, waren die schon recht beschissen. Eigentlich für meine Begriffe. Mit meiner tollen Cam. Wie beim APB2 Let's Play, was auch richtig gut ist. Willkommen, meine Freunde. Ja, genau, das meine ich. Was auch recht gut angekommen ist, was mich total erstaunt. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft, von diesen recht schlechten Videos zu eigentlich ganz guten Videos mich hochzuarbeiten. Und ich hoffe, es gefällt euch auch, wie ich die jetzt mache. Was ich da so mache. Und ja, ich hoffe einfach auch, dass ihr weiter meine Videos schaut. Was natürlich auch hofert, dass ihr euch natürlich noch gefallen und so weiter. Auf jeden Fall möchte ich natürlich auch ein paar Danksagungen loswerden. denn das alles hätte ich nicht geschafft ohne meine Freunde ohne Spaß es ist so dass ich halt eben angefangen habe und natürlich waren die ersten Abonnenten meine Freunde ist ja wahrscheinlich bei den anderen Let's Playern nicht anders ja die haben mich natürlich auch hochgepusht haben Werbung für mich gemacht und so weiter und so bin ich erst ja berühmt sag ich jetzt mal quasi in Anführungsstrichen geworden und das hat mich zu dem gemacht was ich jetzt geworden bin natürlich bedanke ich mich auch bei meinen Eltern dass sie immer für mich da sind und so weiter und so fort an meine Geschwister das auch immer für mich da sind und so weiter ich könnte so viel loswerden egal jetzt mal zu euch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sonst so was schreibt mir einfach hier eine PN oder so oder macht was ihr wollt schreibt mir einfach was euch nicht gefällt oder was euch gefällt würde mich über Verbesserungsvorschläge und sonst was auch freuen oder vielleicht auch Spielevorschläge die ich dann nachdem ich hier irgendwann mein Bioshock Let's Play mal fertig habe machen kann oder vielleicht wollt ihr irgendwas von den Sachen die ich hier gerade zocke vielleicht sogar sehen so ein bisschen vielleicht von Test Drive an der Mitte 2 Machinarium ist jetzt nicht so bekannt aber ist ein schönes kleines Kniffelspiel da werdet ihr mich dann auf jeden Fall auch failen sehen ähm ja Sid Meier das Civilization 4 na gut hab ich eigentlich nochmal so nebenbei drauf gemacht Call of Duty Modern Warfare 2 könnte ich Let's Playen Modern Warfare 3 HPB Reloaded könnte ich wieder ein paar mehr Videos mit Kumpels machen hab ich auch schon auf der Platte also das Problem ist es nicht oder League of Legends vielleicht auch noch ein paar Videos wenn ihr das wollt vielleicht wollt ihr auch von Minecraft ein Let's Play Together das könnten wir natürlich auch organisieren ähm schreibt mir einfach was ihr wollt schreibt es unten in die Kommentare schreibt mir eine personelle Nachricht schreibt mir vielleicht auch auf meiner Facebook Seite jaha die hab ich auch noch die könnt ihr auch mal ganz fett liken hier äh da ja auf liken drücken Link tue ich in der Beschreibung ihr könnt mich auch auf Twitter ähm hier folgen da setze ich auch mal den Link nachher in der Beschreibung oder auf Skype da ganz einfach nach Mr.Mattin95 suchen oder bei Steam da auch nach Mr.Mattin95 suchen macht was ihr wollt ich will einfach nur hören und wissen was ihr denn scheiße findet was ihr gut findet was ihr ja sehen wollt was ihr jo halt alles und so weiter das soll es auch erstmal von mir gewesen sein ich freue mich extrem über die 100 Abonnenten natürlich bedanke ich mich auch bei den Abonnenten die mich abonniert haben und bei anderen Leuten die mich eben unterstützt haben und ähm ja das soll es gewesen sein einfach nur ein kleines Video darüber dass ich mich extrem freue dass ich 100 Abonnenten geschafft habe und ich danke euch vielmals wir sehen uns dann weiter in den Let's Plays bis dahin lasst euch die Zeit nicht zu lang werden lassen tschüss tschüss tschüss